Da rein, auf jeden Fall. Die gehen da alle mit rein. Die gehen da rein! Okay... Wird das das Pub-Master da oben? Komm schon, spring! Wie komme ich da rein? Fortinfiltrieren, ja das ist schön und gut. Ah, guck mal da drüben. Alles klar, okay. Wir müssen anscheinend hier... ...ne ganze Ecke laufen, bevor wir da drin kommen. Nicht sehen lassen, ist einfach gesagt. Ah, alles klar, okay. Okay. So, hoch da. Der sieht uns nicht mehr, hat er uns noch mal auf dem Kicker jetzt nicht mehr, okay. Alles klar. Ich habe mich hier sowas reinbaut in die Wand, ich meine... ...muss so einen Sinn haben. Oder hat nicht alles einen Sinn? So... ...und damit sind wir oben... ...und eine Kiste gefunden. Wunderschön. Aber was macht Hornigold mit dem Typen, ey? Das... Das hört sich ja nicht so erfreulich an, was... ...ich da so mitbekommen habe ich jetzt noch. Okay, zurück. Hier geht's nicht weiter. So, zurück. Weiter, 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 weiter. Nein! Ach, nö! Ach, nö! Mist! Falschtaste gekommen. Okay, gut. Ich muss bestimmt alles noch mal machen, oder? Ja, natürlich muss ich alles noch mal machen. Der ganze Mist noch einmal. Ach, wie macht er Spaß. Ich klettere hier die Wände lang. Ach, jetzt geb ich Gas. Lalalalala. Vielleicht falle ich ja noch mal hin. Weil es macht ja so viel Spaß. Lalalalala. Jetzt hält euch die Wände hoch. Immer wieder, immer noch. Da, 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 da. Ach, was macht's für ein Spaß. Piratenleben, Hossasa. Hossasa und tralalala. So, ich hab mir jetzt noch besser rüber. Springen. 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 Jetzt kannst du dich fallen lassen. Komm wir ja rein, oder was? Ja, natürlich nicht. Ich meinst, ne Tür, die kriegen wir unmöglich auf. Wir schaffen sonst was für heldenhafte Taten, aber ne Tür aufmachen. Ich meine, hallo, eine Tür. Oh. Nischt da. Okay. Wer muss ich denn mit, um das vorrennen, um da reinzukommen? So. Da rüber, oder wie? Äh, nicht da. Renn, 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 renn. Ich weiß nicht, wo ich hier lang soll. So, tschüss. Ist wahrscheinlich da oben lang. Keine Schlafpfeile mehr, keine Berserkerpfeile mehr, gar nichts mehr. Machen wir mal einen ruhigen da oben. Ich warte, bis der sich umdreht und jetzt schalte ich den da aus. Das ist ja auch immer frei. Da war auch einer. Okay, kannst du uns verstecken? Kommt gleich einer an. Was ist denn das hier? So, Versteckpunkt. Oh, 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 oh. Ja, komm, verarsch mich nicht. Okay, jetzt kann ich hier endlich hoch, hoffe ich mal. Ganz schön mühselig in so ein Vortrein zu kommen. Als wenn man nicht entdeckt werden soll. Ansonsten wäre es ziemlich einfach. Aber ich komme auch nicht hoch, gerne. Nee, das war auch nur wieder einfach so dummer. Also bin ich jetzt auf Deutsch einmal die gesamte Runde um das Vorderrand, um was herauszufinden, dass ich hier nicht reinkomme oder was? Bin ich so blöd und habe irgendwas verpasst. Wahrscheinlich schon. Du bist hier nochmal. Ich hasse dich, Kenway. So, nochmal der ganze Spaß hier. Rüber, rüber. So, ich kann hier rüber, ich kann auch da rüber, ich kann aber da hier lang laufen. Kenway, mach keinen Scheiß. Nein, ich komm bis hier her, das ist ja schön. Und gut. Aber was mache ich hier? Hier war ich ja vorhin schon mal. Es ging zwar in den Turm hoch da drüben, aber ich kam nicht weiter. Dann habe ich da was übersehen. Anscheinend geht es von beiden Wegen genau hier hoch. Ich probiere es einfach nochmal. Einfach mal probieren. Probier es doch mal. Mit nem bisschen klettern. Lalalala. Das macht dich fetter. Flup. Die komme ich auch nicht lang, ne? Nö, wäre auch Schwachsinn. Ach, ich komm hier hoch. Ach so. Gute Nacht. Dann erklären wir hier mit, dass einer der genannten Piraten sich ab oder vor dem 5. September im Jahre des herren 1780 ein ...einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt, oder einem Gouverneur oder Fische-Gouverneur auf einer unserer Anpflankungen im Übersee, jegliche oder jegliche Piraten, die er oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Faun, Drogen und andere Orte in unseren Plankagengebieten und all unsere zivilen und militärischen Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern. Sich wie beschrieben, selbst zu stellen und zu ergeben. Ja, den greift nochmal an. Mein Gott, bist du nur blöd im Kopf oder was? Ja, ach so, natürlich. Ich darf natürlich auch nicht entdeckt werden. Der Typ rennt auf mich zu. Ich kann ihn weder ins Gebüsch ziehen, noch kann ich ihn erschießen. Aber der Alarm, wo leutet? Alles klar. Okay, gut. Na dann. Okay, machen wir den ganzen Mist. Nochmal. Sehr ermüdend. Oder vor dem 5. September im Jahre 1718, einem der obersten Staatssekretäre von Italien oder Irland ergibt, oder einen Gouverneur oder Vize-Gouverneur aus einer unserer Anpflanzungen in den Übersee, jeglichen oder jeglichen Piraten, der oder die sich auf diese zuvorbeschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Verlust für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Fort, Burgen und andere Orte in unseren Trantagengebieten und all unsere zivilen und historischen Offiziere, derjenigen Piraten, Stopp, 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 stopp doch. Ja, komm. Und sich die Bestätigung selbst zu stellen und zu ergeben. Stopp. Okay, der ist auch weg. Wunderschön. Hier muss auch wo einer sein. Dann habe ich die Mauer endlich gesäubert. Okay, und erstes Sabotieren. Moment, ich gehe ganz kurz auf die Karte. Ja, okay, ich bin jetzt ein bisschen ruhig geworden. Okay, das war es anscheinend auch mit dem Sabotieren. Mehr gibt es hier gar nicht. Okay, abbeuten. Ich darf ja nicht entdecken, ich bin jetzt ein bisschen. Ah, nee, der Rambrugge darf ich nicht läuten. So war es. Ja, spring ruhig nicht, du bist nur entdeckt. Mach doch keine Anstalt, dich irgendwie zu verstecken. So, ich lade meine Pistole dort auf. So, ins Gebüsch. Boah, klackt ganz schön gerade. So. Erbeuten. Was ist das denn? Ich hoffe, ihr wählt den rechten Kurs, Gentleman. Und akzeptiert die Begnadigung, sobald ihr mit euch im Reinen seid. Denn bis es soweit ist, dürft ihr allesamt Nassau nicht verlassen. Es tut mir sehr leid. Doch im Vergleich zu einer Anklage ist das Pardon eure beste Chance. Der Governor drückt sich viel zu freundlich aus. Da breitet dieses. Akzeptiert des Königs Schutz. Sonst schleifen wir die Stadt bis auf die Grundmauer. Und brechen euch eure Hälse. Frieden. Kommandant Chamberlain, wir sind Gesandte, keine Scharfrichter. Noch nicht. Oh, vielen Dank, Sir. Gottsegnung. Ich sehe dies als winktes Schicksalsspieler. Wir sollten das Pardon annehmen und retten, was uns an Würde geblieben ist. Ach, Pisse. Ich hänge lieber, als mich diesem Hampelmann zu ergeben. Geh zum Arzt, Wayne. Wir hatten eine seltene Gelegenheit. Eine Chance, aus etwas Gemeinem eine Regierung zu formen. Getragen von Männern mit Visionen. Nur zwei Jahre setzen wir sie auf. Diesen Fehler mache ich nicht vorbei. Er sagt die Wahrheit. Und ihr Welten ertragt sie nicht? Adieu, ihr versoffenen Achterdeckbauern. Wir sehen uns am Geil. Ihr seid tote Männer. Bastarde. Ich brauche Schnaps. Schade, dass es zwei trunkenboldig sind. Sonst könnten wir die an einem Vorsprung hängen und die Wachen töten. Sonst könnten wir die gut in unserer Schule gebrauchen. Aber es sind leider sehr trunkenboldig haftige Menschen. Und wir bewerten mit... Vier. Aber ich... Ne. Das Hochkommen auf eine Festung ist scheiße. Fortsetzen. Babam. Was, bleibe ich jetzt einfach stehen, oder was? Wo sind wir denn? Wir sind hier. Piraten retten. Ich will mal eine Schnellreise machen. Strick, Schnellreise dahin. Genau. Was, schnell ist hier nicht verfügbar? Ach, weil ich im Sperrgebiet bin wahrscheinlich. Anyways. Vielen Dank.